Ich begrüße Sie zur Kurzversion meines Impulsvortrages im Rahmen der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag. Der Originaltitel für meinen Impuls war mit Roboter im Hörsaal angesetzt. Ich habe mir erlaubt, diesen Titel leicht zu modifizieren. Zum einen werde ich nur über humanoide Roboter sprechen, zum anderen werde ich Ihnen zeigen, dass der Hörsaal in der modernen Lehre des 21. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe den Titel daher entsprechend abgeändert. Und dabei werde ich nicht, wie so oft, auf Hochglanzfotos zurückgreifen, sondern Ihnen die Realität aufzeigen, das Machbare, denn mein Credo ist, nicht reden, sondern machen. Beginnen möchte ich mit der Frage, wie lassen sich humanoide Roboter in der Bildung nutzen. Aus meiner Sicht gibt es zwei zentrale Einsatzszenarien. Zum einen die Verwendung als Werkzeug. Im Rahmen des Projekts Roboprax machen wir genau das. Wir nutzen humanoide Roboter, um Schülern der Sekundarstufe das Thema Künstliche Intelligenz im Alltag dadurch näher zu bringen, dass sie im sogenannten und mittlerweile preisgekrönten Robotikum den Umgang und auch die Programmierung von Robotern erlernen. Näheres finden Sie auf unserer Webseite roboprax.de Die zweite Verwendungsart nutzt humanoide Roboter als Partner in der Lehre. Doch was genau heißt das, Partner in der Lehre? Schauen wir uns zunächst die klassische Lehre an, so wie sie seit Jahrhunderten und heute noch durchgeführt wird. Das Szenario sieht ja so aus. Wissensvermittlung frontal, zu einer Zeit, an einem Ort, in einem einheitlichen Lehrtempo. Danach eine selbstgesteuerte oder in Gruppen organisierte Inhaltsvertiefungsphase, klassischerweise auch Hausaufgaben genannt. Lassen sich dort Roboter verwenden? Etwa in Phase 2 zur Unterstützung? Wohl kaum, das hieße ja einen Roboter pro Student oder Lerngruppe, was zur Zeit allein schon finanziell nicht machbar ist. Tja, und im bereits angesprochenen Hörsaal? Können Roboter menschliche Lehre ersetzen? Schauen wir uns das mal an. Hier sehen Sie drei humanoide Roboter. Die Geminoiden, wie der maschinelle Klon von Professor Ishiguro, und auch die Androiden, wie Sophia, stoßen derzeit allein schon aufgrund des Uncanny Valley-Effekts eher auf Ablehnung. Die einfachen humanoiden Roboter dagegen erzeugen, wie wir im Projekt Heart herausgefunden haben, eine passable emotionale Bindung zwischen Mensch und Roboter, sodass sie sich für partnerschaftliche Beziehungen eignen. Alle drei sind allerdings nicht in der Lage, aus einer Menge von Zuhörern, so wie wir Menschen das tun, zu fokussieren, zu filtern, und auch im Bereich Emotionen wirken sie eher monoton als motivierend. Als Lehrerersatz kommen humanoide Roboter daher nicht in Frage, sodass der Einsatz von humanoiden Robotern in der klassischen Lehre derzeit kein Thema ist. Doch wie sieht es bei der digital-integrativen Lehre aus? Ein Lehrformat, in dem die Lerner sich das Wissen über multimediale Lerneinheiten selbst aneignen und anschließend gemeinsam mit einer akademischen Lernbegleitung in Präsenz vertiefen und durch einen zwischengeschalteten Mastery-Test ihr Wissen vor der Präsenzphase dokumentieren. Inverted Classroom Mastery Model nennt man dieses Format, das als eines der zentralen digitalen Lehrformate gerade im Grundlagenbereich der Hochschulbildung gilt und die klassische Vorlesung und damit auch den Hörsaal obsolet macht. Und in einem solchen, hier vereinfacht dargestellten Format gibt es zwei zentrale Einsatzmöglichkeiten für humanoide Roboter als Partner. Die eine bezieht sich auf die Präsenzphase, in der Roboter der Lernbegleitung durch Übernahme von Basisaufgaben neue Freiräume zur individuellen Beratung verschaffen. Die zweite Anwendung nutzt die in digitalen Lehrformaten anfallenden Lernerdaten zu individuellen Beratungszwecken. Learning Analytics nennt man das. Zwar kann man das auch über Softwarelösungen, zum Beispiel durch Nutzung von Chatbots, bewerkstelligen, allerdings schaffen hier und auch das ist ein Ergebnis des Projekts HART humanoide Roboter höhere emotionale Bindungen zu den Lernern. Wir haben also zwei zentrale Einsatzmöglichkeiten, die, wie wir es nennen, Student Advisor App für Learning Analytics per Roboter und eine Reihe von punktuellen Apps für die Präsenzphase. Diese können Sie über unsere Projektwebseite im Detail einsehen. Um die Präsenzphase noch effizienter zu gestalten, haben wir mit den Classroom Application Packages oder kurz CAPS eine erweiterte Möglichkeit der Präsenzassistenz entwickelt. Die CAPS bündeln mehrere Classroom Activities über einzelne Robot Apps, sodass der Roboter für eine gewisse Zeit alle Aufgaben im Präsenzgeschehen übernimmt, durch Interaktion mit dem Lernbegleiter stets anpassen kann und so dessen Freiräume massiv erweitert. Profiteure dieser CAPS sind die Lerner. Sie kommen in den Genuss noch intensiverer Lernbegleitung und Beratung. Übrigens werden unsere CAPS im Zusammenspiel mit der Chinese University of Hong Kong und deren Lernmanagement-System U-Reply entwickelt, da sich in Deutschland bisher keine finanzielle Unterstützung gefunden hat. Zusammenfassend lässt sich festhalten, in der klassischen Lehre gibt es keine Verwendung von Robotern, außer der zur Schaustellung. Digitale Daten fallen nicht an, also entfallen auch Learning Analytics-Ansätze. In der digitalen Lehre dagegen gibt es zwei zentrale Ansatzpunkte. Die digitalen Lernerdaten für die robotergestützte Beratung und die Assistenz in den vertiefenden Präsenzphasen durch komplexe Roboter-Apps, die sogenannten Classroom Application Packages. Solange also die Hochschulen wie bisher auf klassische Lehrformate setzen, müssen wir über KI und Assistenzrobotik in der Hochschullehre nicht reden. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.